hallo und herzlich willkommen zurück bei outriders endgame wir haben letzte runde erfolgreich in der im rang 9 das kolosseum bestritten was wollen wir jetzt machen eigentlich du machst du wieder deine ganzen ja ich mache also er macht keine gesten nee er macht echt keine gesten ich wollte eigentlich wieder machen soll ich mal gesten machen wie macht man können keine machen steuerkreuz links und dann runter und dann eigentlich nur loslassen vielleicht sollte man lieber ganz schöne kräfte ansteht was ich alles kann oder eine expedition hat wohl gestopft so was gestopft stand da eben bei der ein ich habe wohl gestopft guck mal wir könnten jetzt sogar land der dürre aber das ist das wo man mindestens level 12 landekarpe das kostet 5.200 5.000 landekapseln ach du scheiße das geht ja noch ewig in zehn jahren erst leisten das wird ein sehr langes let's play wahrscheinlich wahrscheinlich auf elf hatten wir schon da haben wir 1500 gekriegt auf silber aber da muss man ja trotzdem vier machen ja das business wollte ich gern machen gut da haben wir das eine mal voll verkackt wo man das business aber mit welcher welche größe zwei wahrscheinlich eher nicht elf vielleicht oder soll man doch zehn machen ich würde sagen zehn oder neun auf neun dauert es nur sechs minuten dreißig wenn wir gold schaffen das wäre schnell da kann man direkt noch eins in der her holen soll man das echt auf gold machen also auf neun soll man auf zehn gold versuchen ich weiß nicht warte mal wir hatten doch auf was hatten wir boom das business gewonnen gewonnen schon bronze auf neun das ist nicht besonders gut gell aber ich glaube das hatten wir auch auf neun gemacht um uns hoch zu stufen ach so also sollen wir jetzt wieder neun machen oder was ja los machen die schmach vom letzten mal weg und machen es diesmal auf gold okay jetzt gold goldene disco muss mir voll schnell sein goldene glitzer disco die gold party hast du noch phaser ausgerüstet eigentlich die künstler alle einfach so erschießen wenn die auf dem klo sitzen und kacken da kommt keiner auf die idee nieder mit ihnen also man kann auch noch lange damit die tür aufmachen irgendwas gibt es gerade ich glaube das ist der letzte 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 ah müsste das die schon gefälsert ja ich bin mal falsch vor dir da ist ein kapitän da ist ein kapitän im innen unten noch einer die sniper ey vielleicht habe ich jetzt irgendwie mal wieder eine neue stufe beim phaser das wäre ganz cool oh eine mal vergessen ich glaube mein lektor piepst oh gott ich glaube der macht bald die krätscher kann mich mal bei amazon 9 aussuchen ich habe überlegt ob man sich mal vielleicht einen laptop auf die tasche legen sollte falls einer eine krätscher macht aber das kann ja auch sein der hat im moment sind die auch teilweise teuer ja ja meine ist die auch teurer gewesen mal so guck der hat ja im januar nur 650 oder so gekoste und als ich eine märz geholt habe wollten die über 800 achso krass stimmt was ist so ich weiß auch nicht achso wollte jetzt jemand der hatte doch eine grafikkarte drin aber vielleicht lag es auch daran aber das ist ja auch so eine komische laptop grafikkarte hm weiß nicht ich meine wie lange nein ach Mist ich habe voll ins leere gefasert hier ist einfach niemand hier ist viel zu viele viele schlimme fläche tote fläche wo einfach keiner ist ja ja ich habe schon das ist ja das ist auch das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ich werde Kooperativ-Fragung. Kooperativ? Schauen wir uns mal an. Oh! Dreh sie voll ab hier hinten von der Ecke. Ach, ich habe wieder so ein Hingeweilt vor mir. Die haben voll wenig Abwinkzeit wegen ihren eigenen Fähigkeiten. Und die haben voll lange Abwinkzeit, ist voll gemein. Ja, doch endlich. WLAN da. Doch. Jetzt komme ich hier gar nicht hoch, doch. Ja. 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 Finde, Doktor, der Tunnel hätte. Okay. Ich fasse rein. Ja. Ich fasse auch rein. Ja. 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 Was ist denn? Ich bin wirklich rotet. Was hat der jetzt davon? Ich hab noch einmal Laser... Laserfaser. Ich hab noch einmal Laserfaser... Laserfaser? Oh, ich bin lustig. Das ist super Musik. Die Cosplayer zu einer Party. Musikkernst. Ich hab hier irgendwas über Outriders. Das hat sich so angehört. Ja. Wie Outriders Baby. Kommt er endlich. Da müsste eigentlich die Zeit aufhören. Da sieht er auch die Borderlands, ey. Wo ist er? Wo ist er? Wie viel hat man die Zeit? 12? Nee, 6 Minuten. Oh Gott. 50, glaube ich. Na, was ist mit dem los hier? Der ist doch gleich hinüber, ey. Er ist gut. Okay. Wo noch die anderen hier? Und da hinten hab ich direkt welche mit weggefasert. Ich geh schon mal hinter zu denen. Du weißt, wie hinten die ist? Ja, das sind die letzten. Okay. Oh, noch einer, oder? Nee, doch nicht. Nein. Oh, grad zu, ey. Oh, drei Sekunden zu lang. Mist. Das ist jetzt. Jetzt komm mal rein. Komm mal kurz rein. Ich bin kurz gewesen. Es kommt im Kopf und in die Zeit das immer noch mal rein. Wie gesagt, wird der Motorrad Turner da sein. gettin. Was für das ist es selten, ist erledigt. Der Weg ist frei. Schlimmisch, wenn man alles noch mehr geht, wo man so wenig Zeit hat. Vielleicht könnt ihr die auch nochmal machen. Ich bin Coperni dann der Motorrader oder die Zeit der Motorrader und den Aufhänger was ändert sich heute. Hm. Ach, das war so knapp, ey. Drei Sekunden, ich dachte erst 6,50, aber es war doch nur 6,30 scheinbar. Aber wir rennen direkt rein, oder? Oder willst du erst mal gucken? Naja, wir können direkt reinrennen. Gut. Ich muss nicht gucken. Oh nein, sie gibt es garantiert, sie gibt es doch nicht mehr. Hier hat man halt 14 Minuten. Oh, 15 Minuten. 11 Minuten. Also das kürzeste wäre jetzt die Front halt. Aber ich würde sagen, wir machen doch schnell unsere Dings. Dann machen wir noch unsere Dings, vielleicht kann ich mir noch ein paar Kapseln besorgen. Ja, 40 Kapseln ist aber nicht viel. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich die über zerleg oder ob ich... Ja gut, das kann ich auch eigentlich alles verkaufen, den ganzen Müll. Ach, ich verkaufe, weil ich muss eh hochstufen und dann ist wieder alles anders mit den Dings. Aber ich habe nicht viel bekommen irgendwie. Krat mal 6, 10 Sachen. 2, 4, 6, 7... Ich habe 11. Ach ja. Da bekommt man aber... Host Bonus, oder was? Äh, das war ich gerade... Aber guck mal, hier... Hier habe ich jetzt wieder Leder bekommen. Seltsamerweise. Hm. Oh, mit dem bisschen Titan kann ich ja gar nichts anfangen. Oder 153 Titan, obwohl 200? Vielleicht reicht das. Ich krefe jetzt um die Titan. Du verkaufst Titan? Ich habe es eingetauscht gegen Landekapsel. Ach so. Und dann habe ich gar keine Landekapseln mehr, wenn ich jetzt die Waffe mache. Aber dann habe ich eine so großartige Waffe. Ich habe eben schon mit der gespielt, obwohl die noch ein Level niedriger ist. Yes. Ah, 229 brauche ich echt. Und ich habe 222 Titan. Ich habe noch neun Landekapseln jetzt. Hm. Ich habe 3400, aber das bringt mir halt nichts. Ich brauche echt überall 229. Und ich habe 222 Kacke. Hm. Das ist nicht so schön. Ich gucke mal, ob ich jetzt wieder Gesten machen kann. Vielleicht kann ich ja. Nee. Er macht sonst was. Aber er macht nichts. Ach so. Da steht nur, er macht sonst was. Vielleicht weiß er das, dass deine Ferse wehtut. Ich sehe es in der Einblick schenkt. Macht sonst was. Ich gucke mal, wie viel ich hier verkaufen kann. Ob ich dafür eventuell sehr viel Titan bekomme. Für 445. So, mal gucken. Ich brauche eigentlich nur sieben Titan. Ich kann mir nicht mal fünf kaufen. Mist. Okay, ja. Dann war das mal heute eine sehr kurze Folge, würde ich sagen. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt wieder was anfangen, dann war es wieder übelst lang. Wahrscheinlich. Ja, deswegen war das heute nur eine silberne Faser-Disco. Silberne. Faser-Disco. Ja, Faser-Disco. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Ihr wart ein tolles Publikum. Ja. Die Musik war ausgezeichnet. Und die Hausherrn war nur etwas mürbisch. Das war bestimmt die Videosequenz, wo der da rausgehüpft ist. Das dauert immer viel zu lange. Aber ich weiß auch nicht, ob die mitzählt. Die Videosequenz. Das läuft immer weiter. Ja? Immer. Bei allem. Ach, dann war es die scheiß Videosequenz. Ich habe nämlich auch schon mal geguckt, die können doch, oder wenn wir die Türen aufmachen, aber das zählt alles mit. Ja, Türen aufmachen, ja. Ach, das war tragisch. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt mitgefiebert, weil es war wirklich ein Sieg in den Fotofinish praktisch. Ja, vielleicht zählt auch die Videosequenz nicht mit. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt mal drauf achten. Ich bin jetzt sicher. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.